Ich wasch die Stürgen. Regelmäßig. Das weiß auch jeder. Und ich wasch die zusätzlich, wenn eins von den viel zu vielen Hundesfächer, die was wir da im Bau haben, irgendwo hinbrunzt. Na, auf mich brauchen sie gar nicht sauer sein. Ich will ihnen nur erzählt, was die Leute so über sie und über den Neger reden. Das heißt aber nicht, dass ich mir auch drüber die Goschen zureiß, ja? Also ich zum Beispiel, ich scheiß jeden gleich zusammen, der nur ein Depperts Wurt über sie soll. Jetzt haben sie gehört. Weg mit dem Plakat. Und jetzt auch wieder schauen. So ein Spritzende Funken.